Weil, wir sind hier beim Umschau-Verlag, ne? Und da gibt's richtig frische Steinpilze. Ich bin völlig begeistert hier. Hi! Du kommst gerade, gell? Warst du schon mal da? Gib mir den jemanden, die Leute, die halt... Ach, Sie haben schon den Teller? Haben Sie Angst, es gibt keine mehr, oder was? Ja!